Weihnachten. Für uns bedeutet das Weihnachtsbaum Geschenke und leckeres Essen. Doch das ist nicht überall auf der Welt so. Deswegen gibt es heute für euch die 10 komischsten Weihnachtsbräuche. Los geht's! Nummer 10 Apropos Geschenke. Du bist mit der Anzahl deiner Geschenke unzufrieden? Dann solltest du nach Island ziehen. Denn dort bringt nicht das Christkind am 24. Dezember die Geschenke, sondern die 13 Weihnachtszwerge im Zeitraum vom 12. bis 25. Dezember. Jeden Tag wird das Kind so von einem Zwerg mit einem Geschenk besucht. Somit bekommt jedes Kind in Island ganze 13 Geschenke. Na, neidisch? Und die Nummer 9. In Deutschland kannst du dich aber noch glücklich schätzen. Denn am Forti-Food-Gebirge in Irland geht man traditionell vor der Bescherung noch eine Runde im eiskalten Meerwasser schwimmen. Naja, wem's gefällt? Machen wir weiter mit der Nummer 8. Das Problem hat man in Australien übrigens nicht. Hier fallen die Weihnachtsfeiertage nämlich mitten in den Hochsommer. 40 Grad und Sonnenschein. Die Australier feiern trotzdem in Badehosen und Picknick am Strand die Geburt von Jesus. Kann man machen. Nummer 7 Wir gehen mal wieder nach Europa. Man könnte denken, dass hier alles einigermaßen normal abläuft. Weit gefehlt. In Ungarn bastelt man durch die Adventszeit hinweg einen Holzstuhl aus verschiedenen Hölzern. Diesen nimmt man mit zur Mette am Heiligen Abend und hält Ausschau nach einer Hexe. Sieht man eine, rennt man nach Hause und verbrennt diesen sogenannten Lukastuhl. Das soll das nächste Jahr vor bösen Hexen schützen. Ob jetzt ganz Ungarn seit Jahren auf dem Kirchenplatz steht? Keine Ahnung. Und die Nummer 6. In Amerika ist es Brauch, die Christmas-Pickel in den Weihnachtsbaum zu hängen. Ja richtig, eine Essiggurke. Meistens nimmt man dabei eine extra kleine Gurke und es entsteht ein Wettbewerb, wer die Gurke findet. Wer sie als erstes gefunden hat, bekommt ein zusätzliches Geschenk. Nummer 5 Einen Weihnachtsbaum gibt es zwar auch in Italien. Dafür gibt es in manchen Teilen des Landes keinen Weihnachtsmann, sondern nur die Dreikönigshexe La Befana. Sie kommt in Begleitung von ihrem männlichen Gegenstück Befano am Dreikönigstag und bringt den lieben Kindern Geschenke. Laut Geschichte hat Befana damals das Christuskind und die drei Könige verpasst. Deshalb ist sie bis heute auf der Suche nach ihnen und hinterlässt jedem artigen Kind Geschenke. Böse Kinder bekommen hingegen nur Kohlenstücke. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 4. Dass ein paar Dinge in Großbritannien anders sind als auf dem Kontinent Europa, war uns schon immer klar. Hier nimmt man den Spruch fröhliche Weihnachten ganz genau. Aufgetischt wird nämlich ausschließlich Pute. So weit, so gut. Dazu trägt die ganze Familie aber bunte Papphüte und schenkt sich gegenseitig Knallbonbons. Diese werden auch sofort geöffnet. Das Geschenk im Inneren bekommt derjenige, der das längere Fadenstück erwischt. Und die Nummer 3. In Schweden ist es Brauch am heiligen Abend zusammen einen Reispudding zu essen. Beim Kochen wird im Pudding eine Mandel versteckt. Wer diese beim Essen auf seinem Teller findet, soll laut Erzählungen im nächsten Jahr heiraten. Ob da die kleinen Kinder mitessen dürfen? Naja, machen wir weiter mit der Nummer 2. In Frankreich ist es üblich, dass es an Weihnachten ein Festmahl gibt. Du denkst dir, dass es das auch bei uns gibt? Falsch gedacht. In Teilen von Frankreich serviert man nämlich 7 Hauptgänge und sage und schreibe 13 Desserts. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Nun gibt es aber den absolut skurrilsten Weihnachtsbrauch der Welt. In Katalonien, einem Teil von Spanien, ist es üblich, einen kleinen Holzstamm zu bemalen und mit Beinen und Augen zu verzieren. Am Ende legt man noch eine Decke über seinen Hinterteil, damit ihm nicht kalt wird. Am heiligen Abend singen nun die Kinder Weihnachtslieder für den Holzstamm und klopfen mit Stöcken gegen seinen Bauch. Dieser Tio de Nadal, was auf Deutsch so viel wie Weihnachtsholzklotz bedeutet, scheidet dann laut Sage aus seinem Hinterteil kleine Süßigkeiten aus. Hm, das klingt wirklich lecker. Das Made My Date Team wünscht euch frohe Weihnachtenfreunde. Genießt die Zeit mit eurer Familie und euren Freunden, lasst euch reichlich beschenken und vergesst nicht auch mal was zu geben. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao.